So, da bin ich schon wieder zurück, denn es gibt Infos, was das Glatterenfest betrifft, beziehungsweise die meisten werden es eh schon gemacht haben, wenn ihr heute aktiv Fortnite gespielt habt. Aber was müsst ihr machen? Ihr seht es hier ganz simpel. Für jedes Mal, wo ihr 100 Punkte bei Gegnern verursacht, wenn ihr 100 Schaden beim Gegner verursacht habt, bekommt ihr halt einmal 100 Schaden gemacht, schon bekommt ihr das nächste Emote. Und das hier, wie ihr seht, ist in dem Fall genau das hier, Rooks Augenrollen. Das bekommt ihr dann, wann das natürlich wieder kommt, ist wieder eine Frage der Zeit. Ich hatte meins heute Morgen um 5 dann. Ich schätze mal, der ein oder andere hat es halt irgendwann nachts bekommen oder es ist irgendwie komisch. Normalerweise soll es innerhalb von einer Stunde nach erreichen sein, aber ist halt nicht immer so. Wir kennen Fortnite, das ist anscheinend ein bisschen schwieriger teilweise. Das war eigentlich nur die kleine Info. So bekommt ihr das Ganze, macht einfach, wie gesagt, beim Gegner 100 Schaden und schon habt ihr das Emoticon, wird dann im Laufe des Tages oder morgen dann bei euch eintrudeln und mal gucken, was morgen für die Aufgabe reinkommt. In dem Sinne, euch noch viel Spaß beim Leveln und den Aufgaben machen und in dem Sinne, haut hell rein!